Ist denn die Rolle des Frank & Forther tatsächlich so eine Art Traumrolle, wo man sich ausleben kann? Es ist sicher eine Traumrolle. Es ist immer noch wie vorher eine Rolle. Und ich freue mich so irrsinnig sehr, so eine Figur zu spielen. Für mich ist es so eine Mischung zwischen Freddie Mercury und mich selbst. Und ich glaube, es ist eine Traumrolle. Es ist wie, wenn man irgendwas wie Jesus oder Burger in Hair zusammenmischt, kommt man mit so etwas wie Frank & Forther. Ich kenne nur das Film. Ich habe das nie auf der Bühne vorher gesehen. Aber ich habe mich nicht zu viel beeinflusst gelassen von dem Film, weil ich meinem Regisseur so vertraue. Sam Bontrock. Ja, ich bin voll dabei bis am Ende. Natürlich hat man zwar die Besetzung, aber ich mache mein Bestes, dass ich jeden Abend dabei bin.